Leute, ich pranke meinen Bruder Noah mit 0 Euro und ich sag, weil er ja lila ist, sag ich, damit der Schein 500 Euro wert ist. Und dann sag ich, wenn du jetzt 10 Liegestützen machst, kriegst du die angeblichen 500 Euro. Los geht's! Noah, 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 guck mal! Wirst du für 500, einfach 500 Euro 10 Liegestützen machen? Ich mach mehr als 10 Liegestützen. Für 500 Euro? Ja. Dann los geht's, Noah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Gib mir jetzt die 500 Euro. Okay. Noah, was willst du denn mit dem letzten Geld dir kaufen? Ein Lamborghini. Wirklich? Ja. Das reicht aber nicht nur für einen Dank. Und wir werden sehen uns. Ja.